Herzlich willkommen zu AdHoc24 am 28. Mai. Die Teillegalisierung von Cannabis treibt vielerorts auch die Nachfrage nach Medizinalcannabis in die Höhe, sodass vor kurzem bereits vor Lieferengpässen gewarnt wurde. Der Grund? Noch gibt es keine Clubs, über die der Bedarf gedeckt werden könnte. In der Fährenapotheke in Niederkassel-Mohndorf laufen inzwischen rund 70 Rezepte über medizinisches Cannabis auf, und zwar täglich. Kein Wunder, dass die Personalsuche mit der enormen Cannabis-Nachfrage umso dringender wird. Mit Aristo kürzt nach Epwi und GlaxoSmithKline der nächste große Hersteller seiner Einkaufskonditionen. Der Generika-Hersteller streicht das Rx-Konto bereits zum Ende der Woche. Aristo versichert allerdings auch, dass Non-Rx-Produkte und die diesbezüglich eingeräumten Einkaufs- und Servicevorteile von der ab Ende der Woche geltenden Regelung ausgenommen sind. Eine Honorar-Umverteilung von Stadt-zu-Land-Apotheken, mit denen der GKV-Spitzenverband zu Pfingsten für Aufsehen sorgte, stößt auch dem Bundesverband Deutscher Apothekenkooperation Sauer auf. Dies sei allein öffentlichkeitswirksame Polemik aller »Wir brauchen nicht eine Apotheke an jeder Straßenecke«, meint der BVDHK-Vorsitzende Dr. Stefan Hartmann. Er fordert einen sicheren Grundbetrag für alle Apotheken. Auf den ersten Blick scheint es paradox. Die Zahl der Apotheken in Deutschland befindet sich seit Jahren im Sinkflug. Die Zahl der ApothekerInnen steigt aber an. Lag der Durchschnitt 2002 bei knapp 2,2 Approbierten pro Apotheke, waren es 2022 schon fast 3,1. Bei dem PTA ist die Entwicklung noch deutlicher. Ihr Anteil stieg in dem Zeitraum von 1,8 auf 3,8. Fest steht auch, mehr als die Hälfte der Apotheken-MitarbeiterInnen arbeitet demnach in Teilzeit. Die Zahl der Apotheken ist auch in Sachsen weiter rückläufig. Und die Politik sieht zu, mahnt Kammerpräsident Göran Donner. Die Bundesregierung kenne durch viele Gespräche mit ApothekerInnen die Ursachen der angespannten wirtschaftlichen Lage, legt derzeit aber andere Finanzierungsschwerpunkte und nimmt damit bewusst in Kauf, dass die Apotheken ihrem gesetzlichen Versorgungsauftrag so schlichtweg nicht mehr nachkommen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017